Ich bin Vincent und ich habe keine Angst. Bin ich denn der Einzige, der ein klein wenig anders ist? Und warum ist das ein Grund, gemobbt zu werden, wenn man ein klein wenig anders ist? Darüber könnte ich lange nachdenken. Tippelst von einem Fuß auf den anderen. Sie zupfen an deiner Kleidung, fragen, warum du keine normalen Sachen trägst. Du willst weg, aber sie drücken dich gegen die Wand. Und dann, dann stellen sie ihre riesigen Füße auf deine neuen Schuhe und machen große schwarze Streifen auf das Leder. Du schreist. Ich sag dir, dass du schreist. Nein! Ich schreie nicht! Nein, ich schreie nicht! Ich schreie nicht! Ich bin immer still! Du bist wütend, du bist wütend, weil es immer weiter geht und nie aufhört. Nein! Auf einmal steht sie da, die Neue in der Klasse. Ich heiße Jacqueline, aber niemand nennt mich so. Alle nennen mich einfach Jacke. Die Lehrerin hat sie auf den Platz neben dich gesetzt. Weißt schon, der Platz, wo keiner sitzen möchte. Und du? Du starrst sie an, als käme sie vom Mars. Dir ist es also scheißegal, ob jemand dich cool findet oder nicht? Und darum bist du so cool. Echt cool! Untertitelung des ZDF? brauche ich meinen Film im Belgium Gerneige рад, schon einmal. Ein Alles werken? Ich scharbe also beiidas, in der Sicht einsetzende, Ghazul 030 so bei mirlemmert имеет meineせいung. Hmiaul 030 so bei fokus